Ich bin alleine jetzt und es ist natürlich schön, dass ich viel spielen darf, aber es ist auch hart und ein hartes Programm, das wir haben. Aber ich versuche das nur zu genießen und meiner Mannschaft zu helfen. Es ist schon ein hartes Programm jetzt mit Bundesliga und Champions League jede Woche, aber wir versuchen nur, von Spiel zu spiel zu gucken und wollen immer die zwei Punkte mitnehmen. Ich glaube gegen die Raneckerlöwen, da wird es immer Kampf und wir müssen da eine starke Abwehr hinstellen und die Chancen vorne gut nutzen, um die zwei Punkte zu holen. Ich freue mich sehr. Es ist schön, wieder ein paar alte Freunde zu treffen. Wir freuen uns immer auf die Top-Spiele.